Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 2 gegen 2. Ich spiele heute mit dem guten Ammon und Lukas mal zusammen eine Runde. Im Wreck-It-Modus. 2 gegen 2 also. Ja, gucken wir mal. Schwein nehme ich nicht mit, dafür Kanone. Wobei Schwein ist nicht schlecht, ne? Und Elementare raus, vielleicht die Masken rein. Hm. Ich glaube, ich nehme das Schwein raus, nehme die Schleime mit. Das klingt gut. Zack, los geht's. Gleicher Start. Mensch, was für ein Zufall. Okay, drüben ein Beschützer und 2 Elementare. Das heißt, wahrscheinlich auf 3 meine Törtel mit reinhauen oder so. Irgendwas auf jeden Fall. So genau weiß ich das jetzt noch nicht. Ich könnte natürlich jetzt einen Skelettkrieger hinstellen. Das will ich aber nicht. Ich fahr dann lieber auf nächste Runde ab und mach dann den Schleim mit rein. Ja. Wir zocken ja sozusagen zusammen. Und kann man Chase neue Meta-Ranket, okay. Ja, das ist unsere Art Live-Coaching, würde ich das jetzt mal behaupten. Das heißt, er gibt mir hier und da noch mal ein paar Hinweise zu dem, was man verbessern könnte. Ich meine, da sind das jetzt drin. Ja, schick einfach eine Törtel erstmal mit rein. Er kann natürlich nicht... Was heißt natürlich? Er kann nicht hören, was ich sage. Er ist nicht im Discord mit drin. Das heißt, ich mach hier sozusagen mein Ding. Er gibt mir so ein paar kleine Hinweise. Wie Arbeiter oder wo ich was platzieren soll und so weiter. Ja, ich hätte vielleicht doch lieber eine Echse schicken sollen. Aber sieht ganz gut aus. Ja, wird's halten. Schade. Gut. Okay. Da sieht man so ein klein bisschen die Hinweise. Er guckt immer so rüber. Und sagt mir sozusagen, was er jetzt für richtig empfindet. Und ich probiere es einfach erstmal mitzumachen. Super. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig bei den Einheiten, die die Fernkappen haben, dass die nicht so weit vorne stehen. Aber... Hat funktioniert. Perfekt. So, das braucht ein bisschen magischen Schaden. Ich habe aber keinen. Deswegen setzen wir einfach mal so ein Vogel hin. Als kleine Verteidigung. Ja, kriege ich noch einmal. Ja, sehr gut. Oh, das passt wirklich perfekt. Kurz bevor die da sind, fangen die das ab. Das ist wirklich super. Hier lerne ich noch einiges dazu, muss ich sagen. Hier kann ich noch einiges davon lernen. Sieht es hier drüben aus. Abgewehrt. Okay, das heißt, am Anfang kümmern wir uns gar nicht großartig darum, was wir schicken, sondern bauen einfach den König auf. Und fertig. Ja, Vogel macht mehr Sinn. Ich baue jetzt aber nicht den... den Skelettkrieger da noch hin. Das muss nicht sein. Nächste Runde kann ich dann hier wieder neue Weitläufer hinpacken. Wahrscheinlich dann genauso wie hier. So ein bisschen versetzt. Schauen wir mal rüber. Okay, Sarg. Vier Elementare. Hm. Gegen Elementare sind Auren immer gut. So, jetzt kann ich noch einen Block erholen auf jeden Fall. Wer blockt das? Okay. Werde ich einfach den erst mal auf. Reicht vollkommen aus. Stehe ich einfach mal noch den kleinen hin. Den kann ich dann später noch aufwerten. Ja, übrigens, wenn ihr mit mir zusammenzocken wollt, einfach eine Anfrage über Steam schicken. Nachricht schreiben. Dann können wir noch eine Runde zocken. Umso mehr Leute, desto besser natürlich. Ich bin gerne da bereit, mit euch zusammen ein bisschen zu spielen. Gerade wenn ihr euch die Videos sowieso anguckt, macht es ja auch Sinn. Aber das halte ich locker. Gar kein Problem. So, ich nehme so den neuen Worker. Ich schaff's sogar noch, den Dino zu holen. Ja, baut die Elementare schon auf. Das ist ja keine Verteidigung. Und Stich sind auf jeden Fall gut da. Er hat schon elf Worker. Da musst du mich aber ranhalten. Okay, bei Funcampern funktioniert es nicht ganz so gut. Wir sind hier relativ früh an. Das sollte trotzdem fein sein. Den Schlamm aufzuwerten war super. Perfekt gepasst. Ich bin natürlich auch viel besser geworden schon. Dank den ganzen Tipps in den Kommentaren. Gerade was das platzieren der Einheiten angeht, Worker holen und so weiter. Das, was man schickt. All diese Dinge. Muss man natürlich auch alles können. Gerade bei dem Spiel ist alles insgesamt wichtig. Das platzieren, die Einheiten, das, was man schickt, Worker Management. Ich neige immer dazu, so ein bisschen zu viel zu bauen, um nur mal sicher zu gehen. Aber es gibt ja verschiedene Spielweisen. Manche gehen halt voll Risiko. So, schauen wir mal. Er hat den Sarg aufgewertet. Er hat hier die elementare fünf Stück. Er meinte, Blut soll ich schicken. Dann schicke ich ne Blut. Er hat wahrscheinlich wesentlich mehr Erfahrung in dem Spiel als ich. Er hat schon zwei Wochen holen können. Ja, noch was kriege ich nicht. Böse Schnecke. Ich habe vorne schon den Dachs hingebaut. Mal sehen, ob es noch rausgeht. Ja, okay. Sehr gut. Die blocken das hier. Die Archer hauen ordentlich rein. Okay, meine Sölder sind down, aber der macht die platt. Sehr gut. Das war wirklich super. Es gibt schon die erste Kohle. Ja, ich kann mir auch noch eine Törtel leisten. Hm. Ich mache den zum Pulverisierer. Und dann warte ich den einfach nur rauf. Damit ich mehr Tank Power habe. Ja, da nimmt mir so ein bisschen das Nachdenken. Ich habe das gar nicht verkehrt. Da kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Er hat zum Beispiel die Vulkan-Kanode schon hingebaut. Womit ich mich bis jetzt noch gar nicht so wirklich beschäftigen kann. Oder habe. 140 hier Aufwertungen für den King. Okay. Ich kann ruhig noch einen Jocker holen. Ganz entspannt. Ich kann ruhig noch einen Jocker holen. Wollen wir mal einen Parcher. Ich kann ruhig noch einen Jocker holen. Ich kann ruhig noch einen Jocker holen. Okay, das muss ich mir merken. Dass ihr zwischen vier Plätze frei sein könnt. Zwischen den Nahkämpfern und den Archern. Okay, also ihr da rüber. Okay. Weiß ich für nächstes Mal. Ja, das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man nur in die Kommentare liest oder so. Hier kann er direkt halt drauf Einfluss nehmen. Was baue ich? Wie setze ich meine Einheiten hin? Was schicke ich? Und so weiter. Ich habe jetzt die Nosen mit reingeschickt. Einfach damit hier nochmal ein bisschen mehr die Masse abwehren. So, ich könnte noch Schicken. Was mit Stich. Also mit Blue taue ich noch mit rein. Das ist alles noch so ein bisschen verteilt. Okay, hat schon den Dread Knight. Also den kleinen davon. Das ist wirklich sehr wichtig, dass der früh down geht. Jawohl, Dinos war eine gute Entscheidung. Sehr schön. Ich habe abgewehrt. Ah, er hat geblockt. Muss man bei der Block aufstocken. So, nächste Welle werte ich dann ein paar Schleim auf. Ja, es blockt die. So ist der Mythopatik. So ist der Mythopatik. So. Sieht doch gut aus. Kann ich hier dann noch so ein Feuerpfosten reinpacken? Nächste Runde. Aufweitung 4,930. Okay. Aber es sollte vollkommen klar gehen. Dann packe ich noch einen Feuerpfosten hier drüben hin. So, der steht jetzt einmal. Der bleibt doch stehen. Da werde ich nichts dran verändern. Okay. Okay, die sammeln und wir sammeln auch. Ich vermute mal her, dass die um 15 schicken werden. Aber ich habe schon eine starke Verteidigung. Das ist klar. Da gibt es auch nichts zu rütteln. So. Mehr geht nicht. Die Knochenkrieger brauche ich jetzt nicht mehr. Habe ich jetzt noch zwei hingestellt, aber mehr brauche ich jetzt nicht. Das war schon interessant. Wie die Anordnung so ist. Okay, 440. So, was kann ich schicken? Ja, Daxe. Kriegen auf jeden Fall ordentlich auf die Fresse, wenn ich das Normale schicke. So, die Dreieinigkeit. Und dann... Ja. Stimmt, ich kann das Jocker holen. So, wir bauen ein bisschen mehr Stichschaden noch auf. Jetzt können wir ihn wieder mal noch reinhauen. Oh Gott, ist glaube ich nicht schlecht. Ja. Die zwei goldenen Beschützer, die muss ich jetzt nicht unbedingt extra angreifen. Sind vollkommen egal. Ja, jetzt wäre ich ab. Hat nichts geschickt. Das sieht böse aus für die. Zack. Da ist ja übelst viel durchgekommen. Ich habe gewehrt. Hat er doch ordentlich gekriegt. Ja, war eine kurze Runde. Bis 16. Also, Live-Coaching ist nicht schlecht. Kann man öfter machen. Ja, das war's mit einer weiteren Runde von Legion. 2 gegen 2 mit dem Arm und Lukas. Schaut euch gerne auch die anderen Videos mit an. Hier zum Beispiel. Da habe ich zum ersten Mal Hydra gespielt. Macht's gut, bis dahin. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.